Hallo und willkommen zurück zu Resident Evil 6. Nachdem ich ja jetzt eine schiere Ewigkeit nicht mehr aufgenommen habe, weil ich ja netterweise meine wundervollen Klausuren schreiben musste und an dem Wettbewerb teilgenommen habe mit meinen ganzen Kommilitonen, den wir bedauerlicherweise dementsprechend trotzdem nicht gewonnen haben, habe ich jetzt wieder mehr Zeit zum Aufnehmen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe es so ein klein wenig vermisst, das zu machen. Einfach sich nur auf die Uni zu konzentrieren, ist unheimlich anstrengend. Also beim Zocken so ein bisschen abzuschalten, das hat mir echt gefehlt, aber ich glaube, wenn ich während dem Lernen und während der Vorbereitung gezockt hätte oder aufgenommen hätte, hätte ich am Schluss ein mega schlechtes Gewissen gekriegt und hätte mich wahrscheinlich dann geärgert, falls ich dann jetzt doch schlechte Noten geschrieben habe. Aber jetzt ist das ja alles, Gott sei Dank, rum. Okay, dann wollen wir mal. Da waren doch eben gerade noch mehr. Oh, wie habe ich das vermisst. Oh, wo kommen die ganzen Fücher denn her? Das ist ja der Wahnsinn. Äh, scheiße. Na toll. Wie der einfach nur so in der Tür stehen kann. Na, versuchen wir uns doch lieber im Nahkampf. Jawohl. Wie geht's? Ihr seid super eklig. Oho. Ich höre da noch, dass es... Ja, genau. Oh, ich höre. Wenn ihr mal aufhören würdet, euch zu bewegen, wäre das furchtbar nett. Ah, Munition. Wo ist er denn? Da. Perfekt. Immer wieder aufs Neue anstrengend. Boah, dieses Schiff ist, glaube ich, riesig. Ah. Auch kein schöner Tod so in der Dusche. Hier war irgendwo... Genau. Verdammt. Was kann ich denn abschmeißen? Hm. Ich könnte das alles noch gebrauchen. Dann... Ja, doch, nehmen wir doch die hier. So. Und dann kombinieren. Und einstecken geht nicht. Geht klar! Ihhh, die sind so fies. Verdammt. Waaah! Waaah! Jawohl! Was ist denn das? Säuregeschosse. Waaah! Was machst du denn da? Warum läufst du denn so behindert die Treppe hoch? Waaah! Waaah! Okay. So langsam wird das hier ein bisschen kritisch. Waaah! Ja, ist ja schon gut. Aufladen. Was ist denn hier hinten? Ach, gar nichts. Kann ich das aufmachen? Tatsache. Äh. Da ist sie! Nach oben. Los! Ah, Mann! Was wollen die denn alle? Waaah! Boah, Mann! Dann können die mich nicht einfach alle in Ruhe lassen. Kein Platz für grünes Kraut. Ach. Ach. Ach, bitte! Was ist das denn für einer? Ich wollte gerade den eigentlich umbringen. Nooo! Nooo! Folgen sie, ey, der Wong. Alter, wie viele waren das denn? Das ist ja der Wahnsinn. So, jetzt habe ich aber davon keine Munition mehr. Kannst du auch nicht aufheben. Immer noch nicht. So. Einlegen. Mitnehmen. Auffüllen. Hm. Huih. Ach, da. Boah, ist ja schon wieder was. Oh, nicht schon wieder diese Fücher. Ja. Komm schon, werft irgendwas ab. Irgendwas brauchbares. Hm. Hm. Ach, ja, natürlich. Ausgerechnet du. So. So macht man das. Mir geht die Munition so langsam aus. Verdammt, sie spielt mit uns. Was haben wir hier drinne? Perfekt. Roger. Das Schiff ist wirklich riesig. Das Schiff ist wirklich riesig. Hu, 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 hu. Was zum Teufel ist denn das für einer? Nein. Dann werfe ich doch lieber das ab und nehme das hier mit. Oh Gott. Nein, ich habe keine Lust mehr auf euch. Ich kümmere mich um das Ventil. Verschaffen Sie mir Zeit. Oh, warum ich? Okay. Okay, das ging. Schneller als erwartet. Was haben wir denn hier gehabt? Ah, okay. Wieder was zum Öffnen. Ah, da ist schon wieder so ein Schlangenabzeichen, aber die habe ich ja schon alle. Von daher sind wieder diese ekligen Krabbelfiecher, die ich da höre. Was habe ich denn hier so alles? Zwei Stück. Sechs, zwei. Ah. Na gut. Wird nicht die letzte Munition gewesen sein, die ich finde. Oh. Sie kriegen wohl nie genug, was? Ihre gesamte Einheit ausgelöscht. Schon wieder. Bei so einer Bilanz möchte ich ganz bestimmt nicht zu Ihrem Team gehören, Chris. Ignorieren Sie sie, Captain. Aber eigentlich sollte ich dankbar sein, wo Ihre Männer doch so hervorragende Versuchskaninchen abgegeben haben. Seit damals in Edonia wollte ich sie erledigen. Aber hier geht's nicht um Rache, sondern um Gerechtigkeit. Das war's, Aida. Ja genau, das stimmt. Der Raketenstart vom Flugzeugträger steht bevor. Raketen? Die Straßen voll mit Toten. Déjà-vu, Jungs. Raccoon die zweite. Aber diesmal nicht nur eine Stadt, sondern die ganze Welt. Du hast mich erwischt. Hut ab. Doch jetzt gibt's kein Zurück mehr. Aaaaaah! Sieht wie ein anderer Strang aus. Und zwei fehlen. Nehmen Sie, was übrig ist. Wir bringen es zur Analyse ins HQ. Hier ist Alpha Leader. Brauche Bericht zu verlorenen Schiffen. Sofort! Die Stadt ist gefährdet und wir haben keinen Kontakt zu lokalen Einheiten. Wir brauchen Zeit. Die haben wir nicht. Der Terrorangriff war nur eine Ablenkung. Der echte Angriff verbreitet den Virus weltweit. Was nun? In den hinteren Hangar. Dort müssen ein paar Flugzeuge stehen. Ja, Sir. Alpha Team, hier HQ. Wir bestätigen, dass Wong die Wahrheit gesagt hat. Ein bewaffneter Flugzeugträger befindet sich im offenen Wasser, nicht weit von Ihnen. Das Satellitenbild zeigt an, dass Sie vorhaben, Raketen aus Festland zu schießen. Sie müssen sie davon abhalten, auch nur eine einzige davon abzuschießen. Verstanden, HQ. Okay. Ich glaube, jetzt kommt eine Szene oder ein Teil, an dem ich mir damals, um da die Trophäe zu kriegen, die Szene ausgebissen habe dran. Das war böse. Das war nämlich richtig hart. Ich glaube, ich fahre es mehrere Tage dafür gebraucht. Oh, ich hasse sowas. So Schlüsselsuche. Geht gar nicht. Ei, ei, ei. Oh, nö. Oh, das sind diese Viecher, die einfach nicht sterben wollen. Oh, das ist ja widerlich. Oh, das ist ja widerlich. Oh, das ist ja widerlich. Komm schon. Scheiß Unterleib. Nein. Komm schon. Hau ab. Oh. Juhu. Boah, das ist so fies. Fies und super eklig. Alter, willst du einfach nicht sterben? Okay, Schlüssel suchen gehen. Oh. Ei, 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 ei. Das kannst du aber laut sagen. Oh, schon wieder die Hand. Perfekt, man dankt. Ich sollte aufhören, das aufzuheben und einfach warten, bis ich Schrotflintenmunition bekomme. Schrotflintenmunition. Ah, wo kommt der ganze... Wo kommen die denn bitte alle her? Wow. Jawohl. Alles klar, so. Kontrollpunkt. Da ist ein Schlüssel. Äh. Ah, wie komme ich da hin? Hier lang? Ah, scheiße. Scheiße. Hier muss es aber irgendwie nicht einen Ausgang geben. Ah. Dieses... Diese Hand, ey. Perfekt. Nehme ich... Ah, das kann ich nicht weiter... Ne, es bringt mir auch nichts, wenn ich das auffülle. Egal. Jetzt muss ich erst mal gucken, wie ich zu dem Schlüssel komme. Da geht's nicht lang. Da geht's nicht lang. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Müsste irgendwo hier sein. Genau, da hinten dran. Okay. Also... Da. Buh. Hh. Was? Hh. Hh. Vielen Dank.